Sportlich hat das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain kaum eine Bedeutung. Fünf Punkte Vorsprung auf die Königlichen bei zwei verbleibenden Partien wird sich PSG in Gruppe A wohl kaum nehmen lassen. Vor dem Spiel steht vor allem das Pariser Wunderkind im Mittelpunkt. Kylian Mbappé. Realtrainer Zinedine Zidane sagte jüngst, er sei schon ein bisschen verliebt in Mbappé. Ein erstes Vorfühlen für einen möglichen Transfer nach Madrid in der Zukunft? Ich war vor zwei Wochen in Genf bei einer Trainertagung. Da war er auch da. Wir haben nicht über die Sache mit Kylian gesprochen. Ich weiß nicht, wie sehr Zinedine in unseren Spieler verliebt ist. Ich kann nur sagen, dass wir ihn auch lieben. Ernsthafte Sorgen muss sich PSG Stand jetzt auch nicht um sein 20-jähriges Supertalent machen. Sein Vertrag läuft bis 2022 und Paris möchte sogar noch verlängern. Wir sind glücklich, dass er hier ist. Manchmal ist das eben so. Wenn du Dinge oder Menschen haben möchtest, die nicht verfügbar sind, dann findest du sie noch attraktiver. Leider für Zinedine ist er unser Spieler. Aber ich denke, er hat viele Spieler in seinem Team, die er auch liebt. Sich eine Zukunft ohne Mbappé vorzustellen, ist hart. Ich denke, er ist ein sehr wichtiger Spieler für den Klub. Nicht nur Zidane. Die ganze Welt ist in diesen Spieler, in diesen Jungen verliebt. Alle lieben Mbappé. Der Hype um das vielleicht größte Talent der Welt wird so schnell wohl nicht enden. Schon heute Abend im Spiel gegen Real Madrid kann Kylian Mbappé Zinedine Zidane dann hautnah bestätigen, warum dieser ihn so sehr liebt. Vielen Dank.